Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Regenschauer und Gewitter haben uns heute ein wechselhaftes Wetterchen besorgt, vor allem im Westen und im Südwesten unseres Landes. Und deshalb schauen wir sofort auf die aktuellen Radarbilder, um zu schauen, wo die Schauer gerade entlangziehen. Von Baden-Württemberg nach Bayern gibt es eine westliche Zugrichtung, oder eine östliche Zugrichtung von West nach Ost. Hier im Norden von NRW und im Süden Niedersachsens ziehen die Wolken genau entgegengesetzt, und zwar von Ost nach Westen. Das heißt, das Tiefdruckzentrum befindet sich irgendwo hier in der Nähe der Eifel. Und hier gerade so im südlichen NRW und in Rheinland-Pfalz bewegen sich die Schauerzellen nur sehr langsam. Gerade hat es sich noch ein aktuelles Gewitter gebildet, und zwar südlich vom Saarland. Das zieht jetzt dort in den nächsten Minuten noch rein. Also auch Blitz und Donner sind noch nicht ganz vorbei heute Abend. Was wir hier sehen ist, dass die Regenschauer, dieses kleine Tief, sich in den nächsten Tagen ins östliche Europa weiter zurückzieht. Und das heißt, ab Mittwoch, Donnerstag, wird es bei uns wieder trockener, sonniger, und wir peilen wieder Temperaturen von rund 20 Grad an. Sehen wir gleich genauer. Erstmal noch auf die Nacht geschaut, und da sehen wir die weiteren Schauer. Wie gesagt, einzelne kurze Gewitter jetzt in den Abendstunden sind durchaus noch möglich. Im Norden, Nordosten bleibt es hingegen sternklar. Zum Teil bildet sich etwas Nebel. Und hier wird es auch deutlich kälter in der mecklenburgischen Seenplatte. Minus zwei Grad. In Schleswig-Holstein auch örtlich leichter Frost mit minus ein Grad. Sonst einstellige Tiefstwerte aber im Plusbereich. Morgen Vormittag geht es dann erneut bald los mit neuen Schauern. Zur Mittagszeit mit neuen Gewittern. Von NRW bis nach Bayern. Am Nachmittag dann vor allem sofort in Rheinland-Pfalz bis nach Niederbayern, die Hauptgewitterzone. Schauer kann es bis in den Süden Niedersachsens hineingeben. Am sonnigsten bleibt bis morgen den ganzen Tag im Norden unseres Landes. Die Temperaturen, 17 Grad, sind die höchsten Werte nördlich dieser Schauerzone. Also so von der Lüneburger Heide bis nach Berlin-Brandenburg. Und auch im Breisgau werden die erreicht unter den Regenwolken nur 9 bis 13 Grad. Der Wind wird meistens nur schwach. Die weiteren Aussichten am Mittwoch noch letzte Regenschauer in Bayern, die langsam nach Osten weiterziehen. Und am Donnerstag dann schon verbreitet viel Sonnenschein. Temperaturen 17 bis 23 Grad. Ich wünsche noch einen schönen Abend.